Der Text für unsere heutige Bibelandacht steht in Offenbarung Kapitel 2 von Vers 1 bis 7. Es ist die Botschaft an Ephesus. Offenbarung Kapitel 2 Vers 1 bis 7 und ich benutze hier eine moderne Übersetzung in heutigem Deutsch. Da heißt es, Jesus sagt Johannes, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Diese Botschaft kommt von dem, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne euer Tun. Ich weiß, wie viel Mühe ihr euch gebt und wie geduldig ihr seid. Ich weiß, dass ihr keine schlechten Menschen duldet. Die Leute, die sich als Apostel ausgeben, aber keine sind, habt ihr geprüft und ihre Lügen aufgedeckt. Ihr habt Ausdauer. Um meinetwillen habt ihr gelitten und doch nicht den Mut verloren. Aber etwas habe ich an euch auszusetzen. Ihr liebt mich nicht mehr wie am Anfang. Denkt darüber nach, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid. Kehrt um und handelt wieder, so wie zu Beginn. Wenn ihr euch nicht ändert, werde ich zu euch kommen und euren Leuchter von seinem Platz stoßen. Doch eins spricht für euch. Ihr hasst das Treiben der Nikolaiten, genauso wie ich. Wer hören kann, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erlangt, dem gebe ich das Recht, vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes wächst. Soweit unser Text aus einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Es gibt keinen Menschen, der fehlerfrei sei. Politiker treffen einmal eine Fehlentscheidung. Sportler können straucheln und hinfahren. Musiker sind nicht sicher davor, einmal eine falsche Note zu greifen. Und sogar Lehrer und Wissenschaftler können sich irren. Meistens glaubt man ja, dass Fehler nur dem anderen, nicht aber einem selbst, unterlaufen können. Ja, gewöhnlich sieht man bei seinem Mitmenschen alles das, was er falsch macht, besonders groß. Bei sich selber sieht man fast ausschließlich die guten Eigenschaften und die anerkennenswerten Werke. Dafür erscheinen einem die eigenen Fehler, wenn man sie überhaupt sieht, so klein und unbedeutend und gar nicht der Rede wert. Ja, wir alle machen Fehler, aber keiner von uns lässt sich gern auf seine Fehler aufmerksam machen. Wenn wir jemanden kritisieren, dann muss es schon mit seltsamen Dingen zugehen, wenn der sich nicht wehrt und verteidigt. Du und ich, wir brauchen nicht damit zu rechnen, dass ein auf seine Fehler hingewiesener uns freundlich dafür danken wird. Genauso ist es auch mit uns selber. Wenn wir kritisiert werden, dann lassen wir das unter keinen Umständen so einfach auf uns sitzen. Gewöhnlich wird dann das Verhältnis zu der Person, die uns ermahnt hat, so gestört, dass es nie wieder ganz harmonisch werden kann. Und doch ist es wichtig, dass wir kritisiert werden. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns Kritik anhören und richtig darauf reagieren. In der eingangs gelesenen Botschaft an die Gemeinde in Ephesus geht es dem Absender darum, die Gläubigen wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Jesus möchte die Christen korrigieren und stärken. Jesus weiß aber auch, dass er hier nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen darf. Bei den Deutschen wäre Vorsicht vielleicht gar nicht so erforderlich. Die sagen sie schon bald und ziemlich direkt, die Meinung. Jedenfalls scheint es so. In Wirklichkeit sind aber auch sie feinfühlend und leicht verletzbar. In Südamerika jedenfalls muss man sehr vorsichtig sein, wie man eine Kritik anbringt. Das war sicher auch der Fall im Orient. Ein auf seine Schwächen und Fehler aufmerksam gemachter Mensch würde sicher nicht diskutieren oder sich rechtfertigen. Denn er würde vielleicht freundlich lächeln. Aber im Nachhinein würde er auf Rache sinnen und gar nicht daran denken, bei sich etwas zu ändern. Jesus hat also der Gemeinde in Ephesus etwas mitzuteilen. Er möchte etwas korrigieren und zum Guten ermutigen. Wie soll er das am besten machen, ohne von vornherein auf Ablehnung zu stoßen? Das ist sicher auch eine große Aufgabe, die wir manchmal haben. Wir müssen jemanden auf seine Fehler hinweisen. Was tut Jesus hier? Wie macht er das? Erstens, Jesus stellt sich zunächst einmal vor. Er sagt, diese Botschaft kommt von dem, der die sieben Leuchter in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben Leuchtern einhergeht. Mit diesen Worten wird das Verhältnis angesprochen, welches Jesus zu den Gemeinden und auch zu Ephesus hat. Er ist kein Fremder, kein Feind, der Schaden anrichten und etwas vernichten will. Er ist vielmehr derjenige, der die Gemeinde hält, dem etwas am Wohlergehen der Gläubigen liegt. Es ist ihr Herr. Wenn wir jemanden kritisieren, ist es immer gut daran zu denken, welches Verhältnis wir zu der Person haben. Wir können als Eltern unsere Kinder ermahnen oder als Lehrer die Schüler. Auch als Arbeitgeber oder Vorgesetzter haben wir die Aufgabe, Fehler aufzuzeigen und zu beseitigen. Manchmal müssen sich auch Nachbarn oder Kollegen korrigieren lassen und da ist es gut, wenn wir das in rechter Weise tun können. Leichter ist es sicher, jemanden zurechtzuweisen, den wir sowieso nicht so gerne mögen und mit dem wir schon nicht so gut stehen. Einen Freund auf seine Fehler aufmerksam zu machen, ist schwerer, aber sicher auch wirkungsvoller. Darum ist es gut, einen Menschen zum Freund zu machen, bevor wir ihm unsere Meinung über ihn sagen. Wir sprechen hier über die Botschaft Jesu an die Gemeinden Ephesus. Und wir haben gesagt, wir wollen Jesus mal beobachten, wie er vorgeht, wenn er jemanden kritisieren muss. Vielleicht können wir von ihm etwas lernen, wenn wir einmal jemanden zurechtweisen müssen. Wir haben gesagt, erstens einmal stellt sich Jesus vor und zeigt damit, welches Verhältnis er zu denen hat, die er kritisiert. Zweitens, Jesus erkennt das Gute an. Manche Menschen empfinden es als einen psychologischen Trick, wenn sie gelobt werden. Sie sind misstrauisch geworden. Sie wissen schon, gleich kommt das dicke Ende, die Kritik, die Zurechtweisung. Aber doch hört jeder Mensch gerne, wenn man etwas Gutes über ihn sagt. Er öffnet sich dem Gespräch viel eher. Nun geht es Jesus aber wirklich nicht darum, mit psychologischen Tricks zu arbeiten. Selbstverständlich will er auch nicht plump und ungeschickt das Anliegen vortragen. So erwähnt er zunächst einmal einige lobenswerte Eigenschaften und Tugenden. Er sagt, ich weiß, wie viel Mühe ihr euch gebt und wie geduldig ihr seid. Ich weiß, dass ihr keine schlechten Menschen duldet. Ihr habt Ausdauer. Um meinetwillen habt ihr gelitten und doch nicht den Mut verloren. Das waren alles sehr gute Eigenschaften. Man kann sich wirklich darüber freuen. Ephesus war im Grunde genommen eine gute Gemeinde. Geduldig, voll Ausdauer, bereit zum Leiden für den Herrn, besorgt darum, die schlechten Einflüsse auszumerzen. Es ist nur gerecht und fair, dass Jesus die guten Seiten der Gemeinde erwähnt und anerkennt, bevor er etwas kritisiert. Man verbittert einen Menschen, wenn man nur das Negative an ihm sieht und nicht auch die positiven Seiten aufzählt. Die ja jeder auch hat. Mein Chef hat mich etwas Wichtiges gelehrt. Bevor er sich eine Klage oder Kritik von einem Mitarbeiter über einen anderen anhörte, verlangte er, dass man zuerst drei gute Eigenschaften von ihm sagen sollte. Wie viel anders würde es unter Eheleuten aussehen, wenn der Mann erst einmal drei gute Eigenschaften seiner Frau nennen sollte, bevor er eine Kritik anbringt. Wie anders würde eine Frau ihren Mann einschätzen, wenn sie erst einmal drei gute Eigenschaften von ihm nennt, bevor sie ihn wegen eines Fehlers beschuldigt. Oft beklagt sich ein Familienangehöriger, ein Angestellter oder Arbeiter zu Recht, wenn er sagt, man sieht aber auch nur, wenn ich etwas falsch mache. Wenn ich meine Arbeit gut gemacht habe, sagt keiner etwas. Natürlich ist so etwas sehr entmutigend, wenn man weiß, dass die Eltern, der Ehemann, der Nachbar oder der Kollege nur zu einem spricht, wenn man einen Fehler gemacht hat. Das sollte nicht so sein. Nicht in unserer Familie, nicht in unserer Nachbarschaft, nicht in unserem Betrieb. Jeder braucht auch das Lob und die Anerkennung. Und erst die Anerkennung rückt nachher auch den Tadel in das rechte Licht. Es zeigt, dass hier nicht blind und verständnislos kritisiert wird, sondern dass der andere auch die Bemühungen um das Gute gesehen hat. So sollte jeder von uns es lernen, nicht nur zu kritisieren, sondern auch die Mühe, den guten Willen und allen Erfolg des Anderen zu sehen und richtig einzuschätzen. Erst dann sind wir auch fähig, Kritik und Korrektur anzubringen. Drittens, jetzt bringt Jesus eine Kritik an. Nachdem Jesus nun all das Gute und Positive der Gemeinde gebührend anerkannt hat, folgt auch die Kritik. Er sagt, Aber ich habe etwas an euch auszusetzen. Ihr liebt mich nicht mehr wie am Anfang. Die erste Liebe ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wovon hier die Rede ist. Aber als ich mich mit 24 Jahren zu Jesus bekehrte, da war das eine außergewöhnliche Erfahrung. Ich wurde mir der Vergebung der Sünden bewusst und erkannte, dass ich jetzt ewiges Leben hatte. Ich war Jesus so sehr dankbar für seine Tat am Kreuz. Das Lesen der Bibel war mir ein Bedürfnis und eine tägliche Entdeckungsreise, die mir Erkenntnisse und Freude brachte. Das Reden von Glaubensdingen und besonders über Jesus war mein allerliebstes Gesprächsthema. Ich konnte lange Zeit im Gebet verbringen, nicht weil ich es musste, sondern weil es mir ein Bedürfnis war. Ich änderte Gewohnheiten und ungebührliches Verhalten und wollte um jeden Preis seinen Willen tun. Ich ließ mich verspotten und auslachen, suchte die Orte auf, wo man etwas aus der Bibel lernen und wo man mit anderen über Jesus sprechen konnte. Mein größter Wunsch war es, dem Herrn zu dienen und alle meine Kraft, meine Gaben, meine Zeit und mein Leben für seine Sache einzusetzen. Grundsätzlich ist das auch heute noch meine Einstellung, aber zur Zeit der ersten Liebe zu Jesus habe ich weniger kalkuliert, ich habe mehr gewagt, mehr riskiert und mehr eingesetzt. Die Liebe zu Jesus ist bei dem Christentum sehr wichtig. Sie ist wichtiger als eine gute Moral, als getreue Gesetzeserfüllung, als Opfer und schwerer Dienst. Paulus sagt im Römerbrief, wo er eine Grundlage der christlichen Lehre gibt, so ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Er meint damit, dass jemand, der Jesus liebt, auch dessen Willen gerne und freudig erfüllt. Wo keine Liebe zu Jesus ist, da helfen auch keine Strafandrohungen, keine Warnungen und keine Gesetze. Die Gemeinde in Ephesus hatte die erste Liebe verlassen. Für viele Menschen ist Liebe ein unkontrollierbares Gefühl. Sie kommt und geht. Sie kann völlig erkalten und nie wieder lebendig werden, so wie sie einmal war. Aber doch kritisiert Jesus an den Christen, dass die Liebe bei ihnen schwindet. Er macht sie für diese Situation verantwortlich. Und er verlangt von ihnen, kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Wir sprechen hier darüber, wie Jesus der Gemeinde in Ephesus seine Botschaft übermittelt. Er hat eine Kritik für die Leute dort, aber er fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern geht vorsichtig vor. Zuerst einmal, haben wir gesagt, stellt er sich vor der Gemeinde, er erinnert sie daran, wer er ist. Zweitens einmal zählt er all die guten Dinge auf, die er in der Gemeinde beobachtet hat, die lobenswert sind. Und drittens kommt er dann mit der Kritik, fängt er vorsichtig an, sie zu kritisieren, darauf hinzuweisen, was nicht in Ordnung ist. Viertens, Jesus verlangt Änderung und Umkehr. Immer wieder bewundere ich die klare, zielbewusste Einstellung Jesu. Er lässt sich nicht treiben, er lässt die Dinge nicht laufen, er resigniert nicht über die Missstände. Auch für die Gemeinde in Ephesus hat er klare Anweisungen über das, was sich ändern muss, kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Liebe ist also eine Sache, die unserem Willen untertan sein soll. Wir können zu einer brennenden Liebe zurückfinden. Eine der wesentlichsten Aufgaben der Bibel ist, den Menschen zur Veränderung aufzurufen. Wir können Gottes Wort gebrauchen, um damit zu spekulieren, um damit Alterstumsforschung zu betreiben. Wir können es kritisieren, nach unseren Interessen interpretieren oder als Weisheit alter Völker betrachten. Das sind alles nicht die eigentlichen Anliegen der Bibel. Die Bibel will uns verändern. Wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir sollen besser werden. Besser im Sinne von weniger egoistisch, weniger an unserem Fortkommen und Erfolg interessiert und mehr bereit zu geben, zu lieben und Gott zu gehorchen. Aber anstatt einer Entwicklung zum Guten und Positiven, zum Höheren und Besseren, müssen wir leider eine Abwärtsentwicklung feststellen. Der Mensch wird immer raffinierter, gemeiner, gewalttätiger, egoistischer und unmenschlicher. Schon allein diese Beobachtung könnte die Evolutionstheorie widerlegen. Wenn du einmal jemanden oder Umstände kritisieren musst, dann denke immer daran, auch den Ausweg zu zeigen. Was soll und kann getan werden, damit die Situation besser wird? Sei praktisch und konkret in deinen Anweisungen, damit die anderen immer genau wissen, was erwartet wird und was sie tun sollen. Fünftens, Jesus verstärkt seine Kritik und Anweisung durch eine Drohung und eine Verheißung. In der Erziehung ist es wichtig, dass wir nicht nur sagen, was anders werden soll, sondern dass wir auch eine Motivation zur Handlung mitgeben. Das hat Jesus hier getan. Wenn ihr euch nicht ändert, werde ich zu euch kommen und euren Leuchter von seinem Platz stoßen. Das ist eine handfeste Drohung und Warnung. Jahrelang hat man in der Pädagogik geglaubt, man dürfe nicht drohen. Davon ausgehend, dass der Mensch im Grunde gut sei, hat man den Kindern und Jugendlichen versucht, vernunftmäßig zu erklären, warum es gut ist, seine Hausaufgaben zu machen, in der Familie mitzuhelfen, ehrlich zu sein und keine Drogen zu nehmen. Enttäuscht haben viele Erzieher feststellen müssen, dass eine Erklärung und ein vorsichtig vorgetragener Wunsch nicht genug sind, um Kinder und Jugendliche auf den richtigen Weg zu bringen. Sie brauchen neben einer klaren Anweisung auch die Warnung, die Drohung und die Strafe. Aber Jesus bleibt nicht bei diesem negativen Ausblick stehen. Er hat eine Verheißung, ein Versprechen für alle, die sich bemühen und seinen Willen gehorsam sind. Er sagt, Auch dieses Versprechen ist eine Erziehungsmaßnahme, eine Motivation für den Menschen, das zu tun, was Gott erwartet. Der Baum des Lebens steht im Paradies, im Garten Eden, in der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Von diesem Baum kann nur derjenige essen, der in den Himmel kommt. So ermutigt der Herr die Christen zu einem gottgefälligen Wandel im Blick auf die ewige Herrlichkeit. Wo immer wir jemanden kritisieren, ermahnen oder zurechtweisen, da sollten wir es auch mit einem positiven Ausblick tun. Vielleicht mit einem Versprechen, mit einer Belohnung oder einem herzlichen Dank. Die Gemeinde in Ephesus hat gut begonnen. Sie ist wohl die beste der sieben Gemeinden, an die Jesus seine Botschaft richtet. Wie weit die Christen sich aber warnen ließen und taten, was Jesus von ihnen erwartete, ist schwer zu sagen. Fest steht, dass die Stadt etwa 150 Jahre nach dem Tode von Johannes von den Goten zerstört und seitdem nicht wieder aufgebaut wurde. Die Gegend, wo einst diese blühende christliche Gemeinde existierte, gehört heute zur Türkei, einem islamischen Land. Alles deutet darauf hin, dass Jesus mit seiner Warnung recht gehabt hat und die Christen leider immer weiter verflacht sind, bis ihr Zeugnis völlig zerstört war. Und das scheint mir auch der Weg zu sein, den heute manche blühende Stadt in Europa geht. Darum ist die Anweisung Jesu auch für uns sehr aktuell. Denkt darüber nach, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid. Kehrt um und handelt wieder wie zu Beginn. Wir beten noch. Vater im Himmel, es ist offensichtlich so viel leichter, sich von dir und deinen Lehren zu entfernen, als sich darin zu vertiefen und zu festigen. Hilf uns, dass wir diesen Weg nicht gehen, sondern dass wir dich alle Zeit, von ganzem Herzen, mit allen Kräften und von ganzem Gemüt lieben möchten. Amen.